Halli, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Chef Tems. Wir kommen in einer neuen Welt an, beziehungsweise erst in einem neutralen Level. Drei, drei Herzen haben wir. Guck mal, ein Laser, der das checkt. Da war Glas! Kann der hier durch? Ja. Und jetzt müssen wir... Ach, jetzt muss ich dich da hochwerfen, dann drückst du den Schalter und dann fährt der Pisten. Ich hab Minecraft gespielt, ich kenn die Begriffe. Da links ist was. Könnt ihr das bitte haben? Okay, ich komm. Du darfst das haben, kleinen Menü. Ja, oh ja. Okay, und jetzt werfen wir dich hier hoch. Komm her, komm her! Ja, Munde, vorhin! Oh ja! Ja! Weil wir den Block nicht... Achso. Hä, als Fetter ging's dann, okay. Ja! Warum fehlt uns immer einer? Ehhh! Nein, nein, nein! Oh! Ehhh! Schon wieder ein Attentat. Aber das war aus Versehen, das war... Ey! Das war schon wieder fast ein Tod! Ja! Hör mich hoch! Höher! 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 Er geht nicht höher! Wie? Hallo? Also der... Ja okay, der Hebel da oben macht das Teil unter uns weg. Und dann? Ja, und dann komm wir einfach durch. Hä? Hä? Hä, wenn ich in der Luft größer werd, geht's? Das war's dann... Ach, das war das gerade! Hä? Was zur Hölle? Hä, warum das denn? Weil mein... Weil dein Kopf dann... Ach, weil du mehr... Ach, okay! Das macht schon irgendwo Sinn! Weil du ja größer bist! Ja! Ich schleudere dich! Ah, okay! Ja! Komm ich da einfach durch? Ah, du kannst mich hochfahren! Oh! Huh! Ach so! Äh, wir müssen... Komm drauf! Gleichzeitig, komm! 3, 2, 1 und... 3, 2, 1 und... Nee, das reicht einfach nicht! Nee, wir müssen hier links irgendwie hoch! Ja! Stimmt! Kann sein! Ah ja! Hä? Ach, weil da so ne Laserschranke davor war! Ach, da muss er wieder hoch! Nee! Muss ich! Ja, einer muss links hoch! Da oben rechts hoch! Ja, aber einer muss ja links hoch! Und einer rechts hoch! Tschüss! Mann, ich muss hier irgendwie hoch! Ja, warte! Na komm! Ne, ich komm! Zack! Genau, und dann hier hoch! Und jetzt kannst du machen, was du willst! Ja! Jaaa! Wir haben's! Wir haben's! Hä? Oh Gott! Oh! Komm her! Oh! Schleudern! Ach, hat gereicht! Oh Gott sei Dank! Ne, ich hab dich doch fett geworbt! Ah, ich glaub da ist das Secret! Ah ja, ich seh's! Da um! Hier um! Genau! Ah, perfekt! Ach, schön! Wir sind so erfolgreich geworden! Ah! Warum ruhigst du mich um? Das tut mir leid! Komm her! Ich fang dich dafür! Wo hast du nicht? Hallo! Oh, zack! Guck mal! Jetzt kannst du da hoch! Und noch mehr Punkte bekommen! Oh nein! Ich muss groß werden! Warte! Wow! Wow Manuel! Einzige Enttäuschung! Äh! Oh yes! Warte! Ich greb dich! Oh nein! Ich hab zu nahen Ausgang! Ne, ne! Hä? Das geht? Kann man! Okay! Ich muss hier drauf springen als Fetti! Und dann musst du... Ach du kennst es ja! Ey! Go! Ah! Geht doch! Alter! So einfach wieder! Wir haben drei Herzen! Guck dir das an! Wir hatten drei Herzen! Wir müssen eigentlich mal sterben aus Spaß! Oh mein Gott! Alter! Das ist ein nicer Tanzmann! Wir haben uns so verbessert! Vier Herzen steht jetzt oben! Wir haben sogar ein Herz auf Vorrat! Ach so! Oh man! Und neues Gebiet! Ich freu mich so! Oh! Wir können so oft sterben! Lass mal machen! Nee! Lass uns nicht machen! Guck dir das an! Ach das ist ein Eisgebiet! Weil wir grad Eis kennen gelernt haben! Wow! Was ne Enttäuschung! Komm her! Wieder Punkte! Alter! 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 Ja die bringen uns doch eh nix! Haben die Punkte schon mal jemals was gebracht? Doch! Prestige! Zack! Oh! Oh! Du hast danach gefragt! Dafür ein Herz! Aber wo ist unser viertes? Du Lügner! Das kriegen wir nach dem Level wahrscheinlich! Ach so warte! Erstmal! Zack! Alter! Das ist ja nicht normal! Was ist denn das? Nein! Nee das kann da nicht durch! Oh Gott! Gott sei Dank! Für Portale kann das nicht durch! Ja! Ja! Ich weiß! Klare! Shift it! Du zuerst! Wie ich zuerst! Lauf! Genau! Ach so! Und jetzt lauf ich! Würde das fett werden sollen! Oh! Warte! Nein! Stop! Stop! Aufhören! 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 Wieso? Ich bin doch da! Warte! Warte! Äh! Ah ja! Okay! Warte! Mach nochmal! Dass ich dann drücke wenn er... Okay! Bleib einfach! Der war weg! Oder so! Wenn du das kannst! Ja genau! Und ich time dann! Noch einmal! Genau! Und zack! Und go! Und jetzt haben wir das hier oben! Wir können das einfach da durchschieben, dass es rechts hin ist! Warte! Hol dir noch die Punkte! Moment! Och Gott sei Dank hast du die! Ja ja! Und go! Moment! 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 Und jetzt! So! Oh nein! Warte! Aufpassen! Drei! Zwei! Eins! Los! Oh Gott! Was ist passiert? Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht! Aber komm her! Es muss da rechts hin! Es muss da rechts hin! Obwohl wir wissen was der Schalter macht! Warte! Guck mal! Der macht doch was anderes! Ah! Ich schieb's nach... So! Ah ne warte! Ich schieb's drauf! Ja! Und dann muss das hochfahren! Und dann schmeiß ich dich gegen das untere und dann fliegt's nach links! Ja! Ich weiß! Nach links! Okay! Nach links! So! Ganz nach oben! Und dann kommst du runter! Sobald's nicht mehr weiter hoch geht! Ah! Perfekt! Ja komm runter! Komm her! Nein! 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 Ich hab mich mal getroffen! Das ist doch traurig! Alter! So! So warte! Komm her! Nein! 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 Ja! 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 Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, warte. Oh, das ist Lava. Lava! Oh Gott. Ah! 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 Okay. Tschüss. Kann ich mal bitte klein sein? Warte. So. Ja. Äh. Werd fit. Oh, oh, schade. Und fit? Fett. Fett, fett, fett. Aber ich mag das. Ich mag das, wenn die Sachen zerbrechen. Oh. Oh. Okay. Oh, Manu. Mach. Okay. Ich bin schnell. Wiese. Einfach nur krank. Oh nein. Okay. Genau. Perfekt. Einfach nur krank. Warte, 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 warte. Mordado. Du kannst doch einfach springen. Spring einfach. Das reicht doch. Ach so. Was ist denn los bei dir? Ja, ich weiß nicht. Du bist voll fit mit deinem Gehirn und ich nicht. Das ist richtig peinlich. Aha. Oh. Ach so. Okay. Ach du Scheiße. Warte, ich geh'n klein. Äh. Jetzt? Erstmal links. Immer erstes Geld holen. Okay. Genau. Das ist eh mit Timing. Warte, aber wir holen mir das jetzt. Ja, das musst du jetzt einfach lassen. Ich hab' dich gewarnt. Ach so. Okay. Warte. Lass mich keinem nennen. Mach. Du musst den Schalter da drücken. Oh. Und rüber springen. Ups. Das wusste nicht. Welche Taste? Ja, Mann. Das kenn ich. Oh. Und go. Doch. Nice. Hat geklappt. Genau so. Man muss einfach nur leben, ja. Oh. Ja, schön. Gut. Huh. Da haben wir's wieder. Wir haben's einfach wieder. Ultimativ. Und ich muss sagen, das Eis gefällt mir. Ja, ja, ja. Das ist jetzt meine Lieblingslevel. Da kann man's selber kaputt machen. Mit Fett-Fett draufgehen ist cool. Ja. Ui. Hier, nimm das. Oh. Ich wurde sogar fett und das hat nicht geklappt. Oh. Sieht auch schon wieder nach oben. Wahrscheinlich, wie ich die Steuerung nicht immer noch nicht kann. Okay. Da oben. Äh. Ja. Ja, aber ich glaube, da kommen wir von... Ne, 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 ne. Nicht dagegen. Da kommen wir gleich. Wenn wir dann nach rechts gehen oder nach oben, oder? Müssen wir jetzt nach unten? Wir müssen jetzt nach unten scheinbar, oder? Wir müssen erst nach unten. Wir müssen erst nach unten. Wir müssen erst nach unten. Ja. Oh, da kommen wir nicht hin ohne großen Klotz. Wir müssen erst... Meinst du? Ah, werf ihn nach rechts. Du musst ihn nach rechts werfen. Genau. Oh, und dann ist da ein Hebel, mit dem ich da hinkomme. Okay. Genau. Und mit dem ich gelasert werden kann. Ja. Äh, du musst mich dann fangen. Hier an die Kante kommen. Ja. Ja, ja, ja. Da komme ich nicht hoch genug, glaube ich. Zack. Ja, danke schön. Oh, perfekt. Das war... Das war... Ja, aber warte. Jetzt verhegst du ja. Ja, ja. Ne, hol mich raus. So. Und jetzt... Wirfst du mich da drauf. Okay. Und dann... Gucken wir erst mal, was das da macht. Oh nein. Hä? Ist das human? Ist das so einfach? Oh nein. Wir kommen da nicht ran. Wie kommen wir da ran? Doch, so schon. Okay, ja. Das ist super easy. What the fuck? Achso, du musstest dann ein bisschen rausfahren. Hallo? Hä? Opfer dich! Ach, komm her! Komm her! Ich... Opfer dich! Aber du musst hier hochkommen. Du musst dich hier fangen. Hey, Papi! Hier bin ich! Flieg, mein Sohn! Ja! 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 Und jetzt müssen wir nur noch zusätzlich springen. Sprung Power! Oh! Sprung Power! Oh! Ja! Die Risse bleiben immer kurz. Ähm... Äh! 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 War geil! Du musst mich auch holen! Was ist das? Ui! Dann können wir das nach rechts schieben. Komm her! Hallo! Hey! Ja! Schieben, 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 schieben! Ich will weg! Schieben, 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 schieben! Zack! Und dann drücken wir es rein! Wie alles zerstören! Sau nice! Du kannst da drauf gehen! Ah jetzt... Du musst nachkommen! Ah ja! Stimmt! Und dann schmeiß ich... Hä? Tschüss! Tschüss! Da hol's dir! Fert fit! Ah! Perfekt! Unter... Oh! Ah jetzt kommst du von der anderen Seite! Achso! Dann ziehen wir es oder schieben es! Ja das wollte ich eigentlich vorhin schon, aber macht natürlich wenig Sinn! Zack! Genau! Hä? Zieh's einfach! Ja das hat plötzlich aufgehört zu ziehen! Passiert dir noch nix! So! Und jetzt nimm ich die Scheiße hier! Und dann... Das ist ein Secret gewesen rechts! Echt! Ich glaube das sah 100 pro danach aus! Oh nein! Ja egal! Warte warte! Heb mich! Hebe mich! Hebe mich! Hebe mich! Hebe mich! Hebe mich! Wir gehen da noch! Hä das geht! LOL! Wenn du mich nimmst und hochwürfst geht das! Pass auf! Du gehst da jetzt hin! Ich nehm dich! Das geht! Das geht auf jeden Fall! Das geht auf jeden Fall! Da! Da! Oh! Achso! Hey! Du warst ja fast auf dem Block! Da! Und jetzt? Ja und jetzt rechts rein spielen! War das nicht da direkt? Nein das war oben! Achso! Aber lustig dass es geht! Oh Gott! Oh Gott! Wir werden so sterben! Warte! Wo holst du? Ja! Und wieder zurück! So da rein! Genau! Oh du musst auch kommen! Oh nein! Ach du heilige! Ich geh erstmal hier! So! 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 Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich bleib mal vor hier! Dann bleiben! Genau! Moment! Spring! Was? Was? Du musst springen! Ich spring die ganze Zeit! Ich spamm X! Achso! Ich weiß das! Ich muss hier wechseln! Ich muss die Seiten wechseln! Boah! Guck ich muss hier! Dann geh ich hier rüber! Dann geh ich hier rüber! Ja auch! Und dann... Ah! Gott! Ja! War du einfach! Alter! Wie krass, dass wir hier kein einziges Mal gestorben sind! Ja! Easy! Hol mich! Hallo! Ach wir müssen hier beide unten sein! Bis es bis hier weiter unten ist! Und tschüss! Oh fuck! So! Komm her! Ich bin noch! Ja! Dankeschön! Komm her fett! Du darfst fett sein! Hihi! Und zack! Achso! Einer mal! Wenn wir es gleichzeitig machen! Dann geht es ja nicht! Ich muss keinen sagen! Den muss ich nicht! So! Doch! War richtig! Warte! Zack! Dann mach ich! Oh ne! Warte! Hä? Was war der Plan? Oh! Ich wollte drüber! Haha! Einfach weiter! Einfach nichts machen! Ja ich mach einfach weiter! Genau! Und jetzt weiter! Aua! Hol mich! Hahaha! Hahaha! Oh oh! Mist! Ich hätte drüber gekonnt! Okay! Schön! Ja! Jetzt kann ich dich... Ach du Scheiße! Achso! Oh! Lol! Ui! Ja! Komm rüber! Werf mich! Ich will fett sein! Ah! Pow! Oh! Da! Da ist das! Werf mich rüber! Ach! Da war das Secret! Oh Gott sei Dank! Was du für'n Müll redest! Das sah aber genauso aus! Dieses Loch! Genau! Alles... Aua! Alles klar! Hahaha! Moment! Time sofort! Hä? Wie würdest du denn die da unten erwischen? Moment! Äh! Skill! Siehste! Hab einen! Hahaha! Oh! Alter! Skill! Ja! Da! Da oben! Nein! Das holen wir uns! Komm her! Das geht vor allem sogar noch! Oh nein! Doch doch! Du musst einfach nur... Warte! Mach los! Moment! Boah! Geht das nicht sogar schon so? Warte! Komm her! Probier uns! Ah ja! Oh! Manu! Warte! Jedes Mal annoyed impressed! Ich hab geübt! Ah ne warte! Ich schieb das wenn ich klein bin sonst bring ich dich damit um! Aua! Hä? Ah! Komm her! Achso! Ja! Hilf mich! Nee! Ich hör auf den Cube! Das genau! Ich mag's doch mehr wenn du mich wirfst aber... Ah! Ja! Das war ein anspruchsvolles Level irgendwie! Ja! Vor allem mit diesem Stampfer! Das war ultra cool! Stampfen ist immer cool! Ja! Vor allem wenn ich gestampft werde! Das liebe ich! Ach du auch! Ja! Ja! Ich... Das ist mein Hauptgericht! Meine Lieblingsspeise! Die ernähren sich von Qualen willst du damit sagen? Ja! Okidoki! Herzlichen Dank fürs Zusehen! Das hab ich noch nie gesagt! Herzlichen Dank! Und bis zum nächsten Mal! Schaut bei Manu vorbei! Der ist in der Beschreibung verlinkt! Und tschüss! Tschüss Leute!